Liebe Maria Kalesnikova, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir alle fiebern mit Ihnen und natürlich mit den anderen politischen Gefangenen in Belarus und wünschen uns, dass Sie möglichst schnell freigelassen werden. Ich wünsche aber Ihnen ganz persönlich alles Gute, viel Durchhaltevermögen und vor allem beste Gesundheit in diesen schwierigen Zeiten. Ich hoffe, dass wir uns bald in Freiheit wiedersehen. Alles Gute, Nils Schmid.